Der Jung von Matt Neckar Bewegungsmelder Der erste Bewegungsmelder im Internet registriert in Echtzeit jeden neuen Online-Beitrag von und über Jung von Matt am Neckar und zeigt Besuchern damit auf einen Blick, was es Neues gibt. Die Website bündelt Inhalte aus dem Bewegungsmelder-Blog, aus den Social-Media-Kanälen der Agentur und aus Suchmaschinen zu einem medienübergreifenden Blick auf Themen. Über die horizontale Achse bewegen sich Besucher in der Zeit, um Ereignisse und Diskussionen aufzurufen. Alle Beiträge können nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Einzelne Beiträge sind vertikal angeordnet. Beim Einstieg in ein Thema bewegt man sich damit auch visuell in die Tiefe. Auf der Detailseite kann man sehen, was andere schreiben, den Artikel weiterempfehlen und mit einem Klick zur Übersicht zurückkehren. Anstelle einer konventionellen Unternehmenswebsite ist der Bewegungsmelder ein offenes, interaktives Forum für Inhalte aus Werbung, Design und Marketing. Mit Beiträgen von uns und von anderen.